Ja, Moin Leute und Willkommen. Ich mach jetzt mal wieder ein Video alleine, ja, Spimpsen, Overwatch Season. Ja, Season, ja. Sonst eigentlich bei mir nix los ist, ja. Alles okay. Ja, es wird ein langweiliges Video, aber egal. Road 66. Oh shit, 66, oh. Ja. Ja. Äh, ich spiel Anna oder Divana, 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 Divana. 222, ja. Okay. Der Typ geht schon mal, aber der will hundertprozentig hier. Ach, ich glaub keiner will so gerne heil spielen. Ne, dann muss ich doch Divan spielen. Was? Ah, nehm ich Elo. Yeah, yeah. Ich bin in Woid, ich da drin, ja, aber keine Ahnung. Okay. Ja, so ist das halt, ne? Also, ziemlich Interesse bekommen an, ähm, an Lost Medien, äh, Lost Media, sorry. Ähm, es ist halt einfach Sachen, die, ja, so TV-Serien, äh, äh. Filme oder Spiele oder so, die einfach, ja, verschollen sind, sagen wir jetzt mal. Das ist ziemlich interessant. Ich habe da so viele Videos zu haben geguckt und so. Das ist eigentlich ganz interessant. Also so, einfach so zu sehen, ja, Sachen, die einfach verschollen sind, die man nicht finden kann, die man nicht sehen kann. Und dann halt einfach so ein paar, ja, und dann findet man die dann. Das ist halt ziemlich nice. Ja, hat auch eine ziemlich große Community eigentlich in Lost Media. Ich weiß nicht, da kann man sich, da kann jeder eigentlich dran teilnehmen. Weil das ist halt, ja, wenn man irgendwie mal, also meistens ist das ja halt so, äh, so alte Serien oder so, die halt, ähm, ja, paar mal ausgestrahlt worden sind. Und da wo halt, ja, nicht wirklich, ähm, bloß nicht wirklich auf DVD oder so liest worden, ähm, dann wird das ja schnell, oder geht schnell. Und ja, wenn man ja früher ein bisschen aufgenommen hat, wie VHS, auf Tab, 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 auf, oder wie ist das da auf? Tapes, ja. Wenn man ja früher noch Fernsehen aufgenommen hat, hatte, äh, ja, kann man halt einfach gut machen. Aber die meisten wissen gar nicht mehr, dass man das aufgenommen hat und, ja. Ja, man muss halt einfach Glück haben bei solchen Sachen. Ja, da muss man echt, also, gucken, dass man... Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich find das ziemlich interessant. Also, hab ich jetzt schon viermal gesagt, aber egal. Lust mir, ne, echt, echt. Hab ich mir auch gerade eben so ein bisschen angeguckt, wie wir uns mal spielen. Zum Beispiel, die war, ähm, ein, 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 ein. Wer ist das? Ähm. Ich weiß gerade nicht, wie diese Serie heißt, mit den Disney-Charakteren gegeben. Wie ist das? Wie ist das? Keine Ahnung, das ist so ein RPG mit Disney-Charakteren. Das hat einen ganz einfachen Namen, aber ich komm gerade nicht drauf. Das ist irgendwie ein bisschen durf. Auf jeden Fall gab's dann Spiele auf, 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 alten, noch auf den alten Handys, auf den Club-Handys, ja. Was mit Java lief, so nach richtig allen Versionen. Das wurde halt gefunden. Ja, weil das hat eine, ein Typ, hat, ähm, ja, sein, so ein richtig, dieses Club-Handy halt wiedergefunden von sich, ja. Und hat dann das Spiel da installiert drauf gesehen, und ja, dann hat er das einfach, die Dateien, oh klar. Und jetzt ist das nicht mehr lost, aber man kann's nicht spielen. Weil man kein altes Handy hat, oder das alte Jahr aber nicht hat. Ja. Jetzt werdet ihr mich nicht los. Oh, jetzt ist es da. Kingdom Hearts heißt das, genau. Kingdom Hearts Recast, oder so heißt das. Ja, und das wurde jetzt gefunden, und so. Zum Beispiel, der, der Electric Piper, oder so. Ähm, war halt einfach, ich glaub das war ein Film, von wegen Songs, Paro-, Parodien, oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, es lief einmal im Fernsehen. Ja, Parodien hat aber nicht nochmal ausgestrahlt, wegen den Rechten und so. Und ja, keiner hat's so viel aufgenommen. Oh, das hat man doch nicht wohl lieber drauf, wenn man auf dem Platz dann auch bleibt. Ich hoffe, ich nehm noch mal auf, dass wir ein bisschen... Ja, ich glaube. Das wär schon ein bisschen so... Ach, gewastetes Material. So, erste Runde verloren. Ist mir eigentlich richtig geil. Ist irgendwie... Ja, keine Ahnung, das ist halt... Was willst du da halt machen, ne? Das ist halt... Ich hab immer so'n Gefühl, wenn's nicht so gut läuft, keine Ahnung. Also, wenn die Gegner irgendwie ganz okay stehen, ganz okay spielen, ähm... Ja, dann hat man halt einfach keine Chance, ne? Ich hab ja einfach das Gefühl so, ja, Mensch... Das werd ich jetzt irgendwie nicht... Das werden wir jetzt irgendwie nicht gewinnen und so, und ja... Das ist dann auch immer eigentlich so... Der Fall. Ja. Gehört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Gebroktes Englisch. Seid wachsam da draußen. Und ich bringe uns sicher nach Hause. Okay, einfach... Ich hab einfach scheiße geschrieben. Passt schon. Macht... Macht... Spaß. Ja, sonst eigentlich... Was komisch war heute bei mir. Ähm... Aufgestanden hat er einen recht guten Traum, ja. Ähm... Hab's auf jeden Fall hier nicht. Meine Mutter auch nicht. Wurde sowieso nicht. Also, hey... Wer war das? Keine Ahnung. Aber ich hab irgendwie voll auch Interesse dran. Einfach mal so ein... So ne... So ne Schlaf-App oder so runterzuladen. Und dann einfach aufzunehmen, was... Was ich so im Schlaf zum... Zum Beispiel sagen. Sage. Wenn ich was überhaupt sage. Dass ich das dann mal... Aufgenommen hab. Dass ich das dann halt einfach... Keine Ahnung, dass ich das dann halt hab. Und ausprobieren. Warum bin ich eigentlich... Was mach ich denn? Ich bin... Total falsch hier. Das mach ich. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Ich hab kein... Hm... Ich bin doch kein guter Healer. Ja, ich hab... Ähm... Ich bin hier... Shit. Oder? Oh shit. Ja, ich hab... Ja... Nee, das war... Shit. Schade, schade. Marmelade. Aber die Gegner waren ja gut. Kann man nix machen. Gutes Spiel. Good game. Good game. We played. Ja, das ist immer schön am Ende schreien. Das war auch ein... Okay spielen. Ja, das war ziemlich kurz. Aber naja, hey. Was will man machen? Passiert, passiert. Keine Ahnung, ich hab einmal Diva gespielt im Gegens. Aber jetzt hat jeder gespielt im Gegens. Ja... Ich weiß nicht. Entweder liegt an mir, weil ich so schlecht heile oder... Ja, wobei doch... Ach... Na ja, das war... Ja, guck mal, ich renne rum. Pass auf, witzig, dass er mich... Warte mal. Ach nee, da hat er mich getrun. Okay. Ach stimmt, das war eine andere Runde. Okay, ähm... Ich würde ja immer eigentlich den Heiler geben, aber... Ja doch, ich geb den Lucio. Der hat's verdient, ja. Ja, das Spiel war interessant. Ja, ich warte einfach nur auf die Kollegen, dass die online kommen, damit's witziger wird. Aber sonst eigentlich... Ja... Das war's eigentlich. Interessant, interessant. Und... Komm, gib mir einen niedrigeren Rang. Ja, gib mir einen niedrigeren Rang. Komm... Was? Krieg ich nicht? Okay, dann nicht. Ich möchte eigentlich noch niedriger gehen, aber irgendwie... Ich glaub es geht nicht. Naja, okay, gut. Und... Ja, okay.